Moritz sitzt gerade an seinen Hausaufgaben zum Satz des Pythagoras und beobachtet seine kleine Schwester Sina. Als plötzlich... Heureka! Die Anordnung von Sinas Bauklötzen inspiriert Moritz zu einem Beweis für den Satz des Pythagoras. Wenn wir beweisen, dass der Satz des Pythagoras für ein rechtwinkliges Dreieck mit beliebig langen Seiten gilt, dann gilt er für alle rechtwinkligen Dreiecke. Du erinnerst dich, der Satz des Pythagoras besagt, dass bei einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der beiden Kathetenquadrate dem Hypotenusenquadrat entspricht. Mit Variablen schreiben wir das als a² plus b² gleich c². Diesen Satz wollen wir mit ein bisschen Logik und bekannten Gesetzen beweisen. Wenn wir den Satz des Pythagoras erst einmal bewiesen haben, können wir mit ihm unbekannte Seitenlängen berechnen. Schau mal. Sinas Klötze bilden ein großes Quadrat, das aus vier rechtwinkligen Dreiecken zusammengesetzt ist, und ein kleineres Quadrat. Jede Seite des großen Quadrats setzt sich zusammen aus den Längen a und b. Um den Satz des Pythagoras zu beweisen, werden wir den Flächeninhalt des großen Quadrats mithilfe seiner Seitenlängen berechnen. Danach können wir ihn mit dem Flächeninhalt der Figuren, aus denen das Quadrat besteht, gleichsetzen. Du weißt ja, den Flächeninhalt eines Quadrats berechnet man, indem man seine Seitenlänge quadriert. Welche Seitenlänge hat das große Quadrat? a plus b. Das Quadrat hat also eine Fläche von, Klammer auf, a plus b, Klammer zu, zum Quadrat. Wenn man etwas quadriert, dann multipliziert man es mit sich selbst. Unsere Rechnung bedeutet also lediglich, in Klammern a plus b mal in Klammern a plus b. Hast du bemerkt, dass wir hier zwei Binome multiplizieren? Wir benutzen also die erste binomische Formel, a plus b zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Die Fläche des großen Quadrats ist also gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Die gleiche Fläche muss herauskommen, wenn wir die Flächen der Dreiecke und des kleinen Quadrats addieren. Bestimmen wir also zuerst die Fläche der Dreiecke. Sind diese Dreiecke kongruent? Wenn wir sie übereinanderlegen, sehen wir, dass sie tatsächlich deckungsgleich sind. Wir müssen also nur die Fläche eines Dreiecks berechnen. Wie war nochmal die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks? 1 halb Grundseite mal Höhe. Für die Grundseite können wir a einsetzen und für die Höhe b. So erhalten wir 1 halb ab. Das ist die Fläche für eins der Dreiecke. Für alle vier lautet sie also 4 mal 1 halb ab. Wir vereinfachen das und erhalten für die Fläche der vier Dreiecke 2ab. Widmen wir uns nun dem kleinen Quadrat. Woher wissen wir denn eigentlich, dass das auch wirklich ein Quadrat ist? Wenn eine Figur vier gleichlange Seiten und vier rechte Winkel besitzt, ist sie ein Quadrat. Da die vier Dreiecke kongruent sind, sind diese vier Seiten hier gleichlang. Wir nennen diese Seiten C. Okay, das Viereck hat also vier gleichlange Seiten. Aber wie sieht es mit den rechten Winkeln aus? Um diese Winkel zu bestimmen, erinnern wir uns an die Regel für die Winkelsumme in einem Dreieck, die besagt, dass die Innenwinkel eines Dreiecks zusammen 180 Grad ergeben. Da wir bereits wissen, dass das Dreieck einen Winkel von 90 Grad besitzt, müssen diese beiden Spitzenwinkel hier zusammen 90 Grad groß sein. Da die Dreiecke kongruent sind, müssen ihre entsprechenden Winkel gleich sein. Deswegen ergeben diese beiden Winkel addiert ebenfalls 90 Grad. Und da das hier ein gestreckter Winkel von 180 Grad ist, muss dieser Winkel hier aus der inneren Figur, also 90 Grad groß sein. Die innere Figur besitzt vier rechte Winkel, also handelt es sich dabei tatsächlich um ein Quadrat. Demnach können wir den Flächeninhalt ganz flink berechnen, indem wir die Seitenlänge quadrieren. Die Seitenlänge ist C, der Flächeninhalt also C². Du erinnerst dich, dass die Flächen des großen Quadrats gleich der Fläche der vier Dreiecke plus der Fläche des kleinen Quadrats ist. Die Fläche des großen Quadrats ist A² plus 2AB plus B². Die Fläche der vier Dreiecke ist 2AB. Und die des kleinen Quadrats ist C². Schau mal, 2AB taucht auf beiden Seiten der Gleichung auf. Wir können also auf beiden Seiten 2AB subtrahieren. Übrig bleibt A² plus B² gleich C². A und B sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks und C seine Hypotenuse. Das beweist, dass der Satz des Pythagoras für alle rechtwinkligen Dreiecke gilt. Fassen wir den Beweis nochmal zusammen. Am Anfang hatten wir eine Figur aus einem kleineren Quadrat in einem größeren. Wir haben den Flächeninhalt des großen Quadrats berechnet und ihn gleichgesetzt mit der Summe der Flächen der Figuren, aus denen es zusammengesetzt ist. So haben wir die Gleichung A² plus B² gleich C² erhalten. Dadurch können wir sicher sein, dass der Satz des Pythagoras für alle rechtwinkligen Dreiecke gilt. Mit dem Satz des Pythagoras kann man die Länge einer Seite eines rechtwinkligen Dreiecks berechnen, wenn man die beiden anderen Seitenlängen kennt. Ob Sina Moritz als nächstes bei den Chemiehausaufgaben helfen wird?